Weiterhin können auf Deutschlands Druck unbegleitete Minderjährige einfach durchziehen, ohne Grenzverfahren, ebenso Familien aus Syrien. Eine Ruanda-Lösung, wie Großbritannien sie plant, verhindert auf Druck Deutschlands. Und warum überhaupt sollen Länder sich in einer Verteilung beteiligen oder Geld zahlen, wenn sie diese ganze Verteilorgel schlicht grundsätzlich ablehnen? Was wir längst brauchen, ist nicht mehr eine Obergrenze von Zuwanderung. Wir brauchen eine Minuszuwanderung. Der Bürgerkrieg in Syrien ist aus. Eine Million Syrer gehen bitte nach Hause.